Aber wenn du ranzoomst mit der rechten Maus, hast du ihn schon sehen. Da sind wohl drei Zombies. Sonst kannst du ja noch mal testen mit der Flinte in der Hütze. Dann sehen wir ja, ob die aktiviert werden. Also rechts ist einer der Krieg und da kommt... genau. Und der Krieg aber, oder? Den rechts kann ich glaube ich lassen. Oder? Ah, kann es machen. Das sehe ich gar nicht. Da rechts rumpelt einer. Kann ja, ich sehe ihn. Ja. Nur jetzt. Gilly, 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 gilly. Ja, mal ein bisschen üben mit dem Gewehr, ne? Wie hättest du damit? 5 jeweils an das Magazin leer. Ich habe jetzt noch 4 Magazine. Na gut, das geht ja noch. Bist du noch mal hin oben? Ah ey, wenn ich die Leiter hier mal auswählen könnte. Jetzt. Ist nix drin. Gar nix. Gar nix. Das ist so schade. Gar nix. Ich packe mal ein neues Magazin rüber. Ja. Witt. 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 Dann wechsle ich auch mal auf die... die N-Feel. Dann können wir den nächsten mal eintragen hier. Ja, ich hätte den Punkt auch ein bisschen falsch gesetzt. Ah, der nächste müsste da irgendwo sein. Ich sehe den Punkt nicht. Du hast aber doch auch eine Map, ne? Ja. Wo hast du den Punkt nicht? Ein Kilometer in die Richtung. In welcher Richtung? Wo ich hinguck. Warte, da muss ich auch eben hingucken. Zack. Ich glaube dir einfach nach. Ja. Dann ist das über Factory der, weißt du? Wo man unten diese große Fabrik hat, die man auch in Scherner hat. Ja, ja. Okay, dann weiß ich hier drüber. Wir sind jetzt über dem da drüber. Ne? Genau. Der quasi auf der Höhe von dem Supermarkt ist. Und unter Factory müsste auch noch ein Jagdstand irgendwo sein. Ja, da über Dolina. Genau. Und dann können wir sonst Mist da. Da sind noch zwei oder so mal gucken. Weiß ich nicht. So, ja. Da müsste ja irgendwie wieder in Süden kommen ein bisschen, ne? Ja. Wenn du Viecher siehst, ne? Mach mal die platt. Kühe, Schweine, was auch immer. Ach so, ja stimmt. Das ist ohne Punkte natürlich jetzt auch nicht so einfach, ne? Hier gerade im Wald. Ja. Ja, ich meine nur, bald man sowas sieht. Ja, du hast jetzt auch verschiedene Fleischsorten, meine ich. Ja. Habe ich zumindest gelesen. Irgendwie dann Schweinefleisch und Fleisch. Aber Kühe bringt dann mehr als Schaden oder was. Ja, genau. Bist du noch da? Ich bin gegilis-hutet. Ja, wo bist du denn? Wo bist du, gell? Ich hab noch einen orangenen Punkt auf der Karte und dich. Warte mal, ich muss grad gucken, in welche Richtung. Wir gucken in die gleiche Richtung. Okay, ich snack dich weg, ja? Okay. Ich seh dich. Bist du links oder rechts von mir? Ach, siehst du mich gar nicht? Ich seh dich noch nicht, ne. Pass auf, ich schieße dir mal ins Bein, ja? Nein, warte, warte, warte. Mach's nicht. Okay, warte. Du, ich setz mich auf meiner. Guck mal, ob du mich findest. Bewegst du dich noch? Jetzt kann ich dir in den Arsch schießen. Ich dachte, ich hätte grad was gesehen, deswegen. Das kann ich fast in die Eier schießen. Ja, 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 ja. Ah, den grünen Punkt auf der Karte sehe ich. Bumm. Da ist noch ein oranger Punkt, der sich bewegt. Oh, da sind mehrere orangenen Punkte. Hm. Ah, da sind Zombies, ich seh die. Wenn du hier zwischen die Bäume so guckst. Na, jetzt ist er natürlich weg. Ja, seh ich nicht. Ja, da war aber ein Zombie. In die Richtung 800 Meter. Ich meinte auch, glaub ich, in eine andere Richtung als du. Aber ist egal. Wir laufen mir nicht in die Richtung. Na, aber da hatte ich, äh... Äh, romisch ist auch schlecht, aber... Hellblau. Was war halt irgendwie sowas. Damit man sich selber besser erkennen könnte. Aber wenigstens wäre man überhaupt nahe bezeichnet. Das ist schon mal was. Ja, ich find gut, dass er aber erkennt, wenn man zusammen ist, dass der dann auch den anderen anzeigt. Ja, das stimmt. Aber das macht er wahrscheinlich sowieso. Also ich denke, das erkennt der dadurch, dass man lange zusammen läuft auch, oder? Meinst du? Oder sind Spieler immer blau? Ich weiß nicht. Vermutlich sind Spieler immer blau. Zumindest, wenn man so nah aneinander ist. Ja. Könnte ich auch sein. Ich weiß aber auch nicht, ob Spieler auch orange sein können, wenn die weiter weg sind. Das weiß ich nicht. Das macht das dann bam, bam und dann sind beide platt. Aber das ist sonst nicht so, dass man sich selber sieht auf der Karte, oder? Oder dass man auf der Karte Leute sieht, oder? Also hier auf dem Regular Server. Hin und wieder, ne? Ich fass nicht. Also ich dachte auch, das wäre nur Recruiter, aber anscheinend. Weil das ja... Das schafft dann ja auch Vorteile, wenn du eine Karte hast und dann einfach irgendwo hin in der Stadt bist und dann auf die Karte guckst. Na klar, dann siehst du, ne? Dann siehst du ja blaue Punkte. quasi. Da wüssten du schon wieder. Da. Ich hab grad mal geguckt, ob ich irgendwo den Stand schon sehe. Da ist noch 460 Meter, ich denke hinter dem Berg. Du, bei dem Gilleshut finde ich, dass man den Rucksack nicht mehr sieht. Das stimmt. Oder das gehört ja dazu, damit du getarnt bist. Ja, aber da könnte man ja trotzdem so'n... so'n Buckel haben dann oder so. Hat er gar keinen Buckel? Nö. Ich kann ja mit Alkohol. Ja stimmt, der sieht relativ normal aus. Hier ist schon jetzt gleich... Boom, boom. Oh, du hast jetzt ausgegelistet. Nö. Oh, den kann man ja keiner mehr wegnehmen, ne? Wenn du den trägst, kann man den eigentlich nicht wegnehmen, ne? So, hier müsste der jetzt irgendwo schon sein. Da hinten sehe ich Zombies. Da sind auch Zombies. Jagdstand sehe ich nicht. Wo bist du? Da. Gut. Ne, aber wir sind von viele Zombies, ne? Ja, deswegen. Ich weiß nicht, in welche Richtung der es sein soll. Also da an dem Waldstück hier vorne. Was ist vor uns? Ist dieser Zipfe vom Wald? Da müssten die sein. Mhm. Machen wir die wegsnacken, die Zombies, oder? Meinst du? Ich weiß nicht. Wenn wir uns sehen, sind sie wieder schwer zu kriegen, ne? Das ist wohl wahr. Ja. Kannst du machen. Warte. Oh, da bist du. Oh. Hast du in die Hose gepitzt, oder? Ich lauf grad seitwärts und dann kommt der Gilly-Typ da vor mir. Ja, normalerweise haben die Gilly-Typ, normalerweise auch immer die die andere wegsnacken, ne? Ja. Das ist wohl wahr. Oder so Hacker-Typen. Ja. Die dann alle auf eine Insel vor Ottmel schieben, oder so. An Ottmel da schieben. Hier auf dem Server, wo die ganzen Häuser alle offen sind. Ich weiß nicht mehr, wie die Karte hieß. Pantera, glaube ich. Da habe ich das erste Mal einen Gilly-Suit gefunden. Mhm. Lauf dann und dann bin ich in so einer Stadt. Und dann explodiert irgendwas riesig fett. Ja. Und dann machen mich alle voll fertig. Ich wäre der Hacker hier und so. Voll wahnsinnig. Und ja, ich hatte eine Infield und mehr nicht. Okay. Super. Ich weiß nicht mal, wie man Explosionen machen kann. Ich auch nicht. Ich wusste noch nicht mal, dass der Typ schreit, wenn man sich einen Anzug anzieht. Ich habe gedacht, ich werde tot. So wie letztes Mal. Weiß mal, letztes Mal, als ich ihn versucht habe anzuziehen. Ja, gekickt worden. Da bin ich gekickt worden, weil ich ein Hacker bin, ey. Das ist auch geil. Was kann ich denn dafür, wenn die das Teil in das Spiel bauen? Hier müsste es sein, Alter, vorne ist er. Boah, ich kann den nicht über die... Kann man nicht über den... Daumenstamm drüber, ne? Die sind ganz weg, die Zombies. Ja, die sind ein Stück weg. Die sind ein Stück weg. Die sind ein Stück an der Seite. Also, pack auf. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Hau ab. Ey, hier ist auch nix. Auch links an der Seite, nicht? Gar nichts. Guck ja links an der Seite. Also nicht ganz die Ecke vorne sehe ich nicht, aber da wird auch nix liegen. Dann wird man zumindest ein Stück sehen. Weißt du? Ja. Scheiße. Ja, neben Factory ist auch noch so'n Ding, ne? Mhm. Das müsste man von hier oben vielleicht sogar schon sehen können. Die drei Cap-Zombies sind dann natürlich voll im Weg. Willst du mit der Li abknallen? Meinst du? Du kannst ja mal probieren. Das ist schön. Ich guck nach hinten, falls die anderen Zombies da kommen. Kann ich mit der Li entweder nicht einfach nur Rechtsklick und dann habe ich alles? Das geht irgendwie nicht. So, man soll auch anvisieren, ne? Mit Rechtsklick. Nee, das macht der nicht. Warte mal, ich wechsle mal kurz auf den Makarov. Also, wenn ich Rechtsklick gedrückt halte, klar, dann macht der das. Aber nicht so, dass du Rechtsklick gedrückt und dann bleibt der im Zoom drin. Doch, das müsste aber auch gehen. Nö, dann macht der nicht. Gar nicht? Nö. Dann machen wir einen Doppelklick rechts auf die Maustaste. Manchmal hängt das hier alles. Steuerung ist ja so. Ah, jetzt macht das. Intuitiv. Jetzt sind die Zombies weg. Und so näher ran laufen. Das ist auch gut, dann sind die da hinten weiter weg. Wir sind noch ein paar auf dem Feld. Bist man da rüber? Ja. Wo bist du? Ach da. Ich such grad den anderen Jagdstand. Was finde ich noch da hinter den Bäumen? Ah ja, den sieht man nicht. Der ist an so einer Lichtung da. Mhm. Da irgendwo. Ups, da. Ist wahrscheinlich wieder, ne? 800 Meter das mal nur. Bist du das? Oh ja, ich hab dich auf Anhieb gesehen. Wie wir sind denn da auf dem Feld? Ja, hier vorne geradeaus ist nur einer. Hier links ist auch einer. Und rechts, hier links ist auch einer direkt. Ja. Wird sie umpumpen. Ja, wenn wir den laufen, haben wir die im Wald wieder hinter uns, oder? Ja, kann ich machen. Dann nehm ich hier den geradeaus. Ich versuch den links sonst mal. Ich? Ich versuch den links, ja. Ja, gut. Das war nix. Hast du deinen links weggepumpt? Ja. Und der, der gelaufen kann, den hab ich auch weggepumpt. Okay, den hab ich auch, den links. Da hab ich noch einen weggepumpt. Ich glaub, die sind jetzt alle weg. Ich seh keinen hinten laufen. Da hinten, ganz hinten ist noch einer, aber der kommt nicht. Der hat noch ein Magazin für den Sniper. Ha! Ja, geil. Der fucking Zombie. Vielleicht findest du das auch öfter jetzt, weil er die hast, ne? Ja, sein. Kann sein. Okay. Es wird langsam dunkel, ne? Ja, so ein bisschen. Lee Enfield Sniper Action. Ja, ne? Mal richtig Panama machen.